Das ist doch kein, das ist doch kein, das ist doch Ausdistanz hier, oder ist das Drossel-Mossel? Das ist ein 1-8-Drossel-Ring. Ja? Ja, natürlich. Geil, Digga, da fahre ich um Rückweg 70, meins. Das ist ein Drossel-Ring, also den lasse ich raus, oder was? Ja, das ist ein Drossel-Ring. Ja, da findet man hier echt noch einen Schitz. Schitz-Gin. Dann muss man jetzt gucken, ob das in die Glocke geht, das ist doch zu... Du, der Ringen ist doch gut. Der Ringen ist doch gut, sagst du? Ja, da müssen wir durchschmeißen, das sieht man. Guck mal, hier passiert so viel, die Ereignisse überschlagen sich, aber guck mal, der ist zu lang, sehe ich doch direkt. Guck mal, das sagst du. So, das ist dein Riss. Halt mal an. Nee, das ist gut, ne? Das sehe ich doch direkt nicht. Das kann man so jetzt nicht in Schütz, aber... Ja, dann mache ich den Bauch... Das ist schon mal die richtige Richtung, sagen wir es mal so, ne? Knallossi. Ja, der ist sehr viel weiter. Ja, aber ist doch gut für Traktion, oder? Oh, dann... Oh, dann... Ja... Und wieder auspacke oder messe. Brauchen wir nichts messen, packen wir aus, du musst den Cutter messen. Freunde, also, Kupplung, schön und gut, aber... Ja, es ist schon wieder so weit, aber wie ihr seht, das ist so ein bisschen wie eine Salami in eine Turnhalle werfen, ne? Das haut nicht hin, ich brauche eine passende Glocke, falls die Kupplung überhaupt passt hier an den Aperillo. So, guck mal, guck mal. Guck mal. Ich habe zwar eine passende Wing Cooler Glocke, also passend im Sinne von für die Kupplung passend, aber jetzt ist uns aufgefahren, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Du hast dich vorher schon drauf hingewiesen, dass das Rest... So, jetzt holt der Daniel die Minarelli-Glocke. Aber die wird auch nicht passen. Ne. Habe ich doch gesagt. Ja, also, Kupplung ist nix. Kann man nur fahren original. Ja, das sagt jetzt der Laie. Du könntest natürlich auch in die Schuhe gucken, ob es da vielleicht eine richtige Kupplungsglocke gibt. Vielleicht gibt es eine. Oder geht zu Hause an einem Gerät und guckt. Scheiße, ich wollte ja nur kurz den Antrieb umstecken. Ich habe geguckt, nix passt. Ergo kann nur originale Glocke fahren, ergo kann ich die Kupplung fahren. Kann vielleicht eine größere Kupplung, kann ich im Shop vielleicht raussuchen. Ja, 110, Stargate 6, CPI, yeah. Gibt's das? Ja. Ich guck mal, was zugeordnet ist. Ansonsten muss ich nämlich den Klumpatsch hier wieder einbauen, wie es war, und dann vielleicht einfach nur die Vario wechseln. Also ganz eigentlich wolltest du ja nur die Vario wollen ändern. Ne, ich wollte einen ganzen Antrieb neu machen, weil die Kupplung auch nicht mehr gut greift. Zum Irrechzeit, wenn du den Auspuff machst. Ne, ne. Zum Irrechzeit, du wolltest mit fahren. Ich erkenne was. Zum Irrechzeit, du wolltest mit fahren. Es gibt keine passende Kupplungsglocke. Es gibt keine passende Kupplung, weil das ist irgendwie 110 Millimeter oder was, würde ich sagen. Die sind alle 107. Das heißt, man kann wahrscheinlich, und das werde ich nicht machen, nur die Getriebewelle tauschen. Also falls ihr noch eine Idee habt oder euch damit besser auskennt als ich, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich baue den Klumpatsch jetzt zusammen. Ja, was, ich kann ja nur die Getriebewelle tauschen. Nein. Ja klar. Nein, die bleibt so, wie sie ist. Ja, und wie komme ich dann, es gibt keine Kupplungsglocke und keine passende Kupplung. Ich brauche eine 110 Millimeter Kupplung. Ja, du musst ja erstmal ein bisschen researchen. Hab ja schon gesagt, kannst du gerne auch nochmal sagen, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr was wisst. Sag einfach mal hier rein. Ja. Ja. Da gibt es bestimmt irgendwas für, aber das Zeug ist ja wirklich so uralt. Das ist ja, was ist das für ein Baujahr? Also, 93. Da auf dem Deckel steht eine 2, das steht für 2002. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch super spannend, weil ich habe es so noch nie gesehen. Dann muss das wirklich von 92 sein. Guck mal, mit außenliegenden, dann kannst du so durchklicken. Schon geil, oder? Ja, Freunde, aber zumindest die Vario scheint bis hierhin mal zu passen. Also, ich habe noch nichts rübergeschoben, aber... Na doch, die Vario passt. Geil. Ja, immerhin das. Die Vario war noch hier oldschool, verschraubt. Wohin ich denn die Scheiße hingemacht? Ja. Ne? Das Ding habe ich abgemacht. Jetzt gucken wir mal rein, was für Gewichte drin sind. Ole, guck mal. Da sind Abstimmgewichte drin, Eckige. Das ist natürlich auch geil. Aber dann kann ich zumindest wahrscheinlich sehen, was das für... Ach, da sind doch die geschlossenen Abstimmgewichte. Das müssen wir jetzt mal schuhen. Abstimmgewichte original. Beim Auspuff hatten wir diese hier dabei. Die farblich passenden Gewichte. Das sind 5,5 Gramm. Bei der Vario sind 6,25 dabei. Ich würde jetzt tatsächlich, weil die so schön passen, erstmal hier die 5,5er reinknallen. Das ist ein schneller Blick vom Profi. Bezüglich dem Kai-Reben. Ja. Ja, haut hin, ne? Ist er viel breiter. Ist halt auch Verschleiß ein Thema, ne? Ein bisschen Verschleiß, aber ist er ein bisschen breiter, ja. Gucken wir mal so ein Ausdistanz hier mal gucken. Noch eine Distanzscheibe dazu. Ich glaube, dann greift aber gleich der Justus nicht mehr, ne? Der Mufti. Auf der Nupsi. Weil da muss ja die Sternscheibe... Weil der E-Statter ja auch so 1a... Ne, ne. Freund, da bist du aber auch schief gewickelt, ne? Ich glaube, da musst du noch zwei Distanzscheiben wegnehmen. Nein, ich habe nur... ...e Dicke und eine Dünne. Noch zusätzlich, mach die mal weg. Ist schwierig, ne? Ist schwierig. Was sagst du? Originale Riemen wieder, oder? Oder einfach hoffen, dass der sich bei... ...schmeißt. Müsste noch eine Distanzscheibe... Der Schad tun auch wieder übersetzen, ne? Ja. Wenn wir breiteren Riemen haben. Wir können es probieren, wenn wir jetzt echt nur die E-Dazwischen machen. Ja. Nein, das da ist echt das Minimum. Das ist schon scheiße, ne? Ich habe eine kleine Testfahrt gemacht. Wir haben jetzt die 5,5 Gramm Gewichte. Hey, Alter! Ich wollte sie nicht, ich wollte sie nur anverpacken. Der Roller geht vorne hoch, aber überdreht. Das heißt, ich mache jetzt die 6,2,5er rein, die bei der Stage-6-Ware dabei waren. Und dann sollte das hoffentlich erledigt sein. Ich habe nämlich keine Lust mehr. So, Leute. Ich bin jetzt so langsam fertig mit meinem Schrauber-Bock. Ich habe jetzt 6,25 Gramm Gewichte drin gehabt. Die überdreht noch ein bisschen, der Justus. Jetzt ist die Frage, knall ich 6,5 rein oder direkt 7? Ich gamble jetzt und mache 6,5. Und wenn das nicht cool ist, mache ich beim nächsten Mal die 7 rein. Ich muss nur gerade mal gucken, wo ich hin muss. Gleichzeitig quatschen und nachdenken ist nicht so einfach. So, E01, A2, guck mal. Ah, das ist schon geil. Das sind die 9,6-Gewichte, ne? 6,5 Gramm. Hey! Dominik. Cool, jetzt halten wir mal an. Ich wollte eigentlich vergleichen, bevor du wegschossest. Einmal zur Sicherheit. Das hat heute so viel nicht gepasst. Guck mal. Verstehst du? Verstehst du? Der passt nicht. Der ist nämlich zu groß hier, oder? Hä? Was? Was ist das? Der geht über die Mufti hier rüber und der geht an die Mufti ran. Verstehst du? Glaubst du wirklich? Ja. So. Halt fest? Ja, ja, ich halte fest. Ich stelle mich dagegen. Hä? Da ist doch irgendein Unterdruck, oder so. Ein Überdruck ist das. Ja, weil da kein Loch drin ist, hier auf der Spitze. Der sprich weg. Warte, ich mach's anders. Du musst ein Loch einschneiden. Nee. Auch nicht, dass da gleich eine Verpuffung stattfindet, ne? Oh Gott. Eine Verpuffung. Also so bin ich eben, du bist zur Hälfte gekommen. Ja, ich hätte es jetzt nicht hier so lange gekämpft. Ach, Digga. Ja, Daniel hat die Kraft noch, ne? Die zwei-, dreimal Training haben gereicht. So, jetzt muss ich für ihn noch ein Dauer machen. Geil, Digga. Also da muss ich sagen, Da geht's nicht. Das ist schon geil. Einen Tag später. Wir sind wieder hier. Gestern nicht ganz fertig geworden, war doch ein bisschen viel. Ihr habt's vielleicht gemerkt, ich hab's definitiv gemerkt. Gleichzeitig Schrauben und Filmen ist nicht so einfach, wie wenn man zu zweit ist. Aber wir haben ja gut Progress gemacht. Und ein Detail, ein Detail gibt's heute noch zu erledigen. Und das ist hier Blende abnehmen und lackieren. Damit fangen wir jetzt an. Ich bin schon ausgiebig gefahren gestern. Zieht wesentlich besser durch jetzt. Ist vor allen Dingen leiser als mit dem gerissenen Auspuff. Überraschung. Und Vario macht auch den Unterschied. Also Durchzug ist viel angenehmer. Also ist besser zu fahren. Ich hätte gern noch eine passende Kupplung, weil man merkt, die kommt da nicht hinterher. Wie gesagt, wenn ihr da was wisst, schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten muss ich vielleicht Getriebe umbauen oder so. Wegen dem Getriebestumpf. So, genug gesabbelt, weiter geht's. So, da ist das Schild. Ist noch richtig schön muckelig warm. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich irgendeinen hitzeständigen Lack benutze, die Antwort lautet natürlich, ne. Ich knalle jetzt einfach Lack drauf. Und wenn der bubbelt, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber ich bin ein guter Ding. Ich ziehe jetzt hier noch diese Gummidämpfer raus. Dann raue ich das an. Und dann wird schon geballert. Sieht aber so eigentlich auch nicht schlecht aus. Ist direkt viel schlanker, der Auspuff. Ja, das stimmt. Kannst du da nochmal dran packen? Der ist sehr heiß, Florian. Das Video war wirklich schön. Das Video ist gewonnen. Du musst mal genau hinhören. Komm her! Aber ehrlich, sieht der so eigentlich nicht ganz schön. Wir können das da eigentlich wegflexen und dann eine neue Schwarz lackieren. Okay. Aber gut, ne. Ich hab mich jetzt hier professionell beraten lassen. Der Flo hat mir was von seinen Schachmagen gegeben, um jetzt hier das Ding anzurauen. Wie hast du gesagt, Flo? Erst anraue, dann wegkauere. Okay. So mach ich das jetzt. Wir haben jetzt hier professionell aufgebaut. Wir haben hier noch ein paar RT-Zylinder, die wir noch abdecken müssen. Dann wird's hier lackiert, ne. Ich hab jetzt ein bisschen angeschliffen. Teilweise schon bis auf die Grundierung runter. Ich sag mal, das reicht, ne. So, ich hab da natürlich noch mit Bremsenreiniger entfettet. Und jetzt mach ich hier den Lack drauf. Oh, jetzt haben wir den. 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 Hast du gesehen, war verstopft. Ah, jetzt kommen wir. Oh, ja, langsam. Ah, es ist doch kraft. Nee, nee, ich mach nach unten. Guck mal, ich hab die Großfläche rausgelegt. Das ist ein Line. Nein, serious. So. Ich hab nicht gesagt, sie erst die Kante von unten. Von unten. Ja, da spritze ich mir in die Fratz. Ja. Der Dorf-Tuner in seinem natürlichen Habitat. Guck, da ist nicht direkt Verläufe reinzauber, aber der eine meiner Spezialitäten ist vom Floh auch. Und das dann immer jetzt kurz anbappen lassen, weil wenn zu viel drauf liegt, dann fängt es natürlich, weil wir hier auch ein kurviges Objekt haben, fängt es natürlich razzifazzi anzulaufen. Also lieber zwei, drei dünne Schichten als eine zu dick, ne? Das ist aber ein ganz feines Schweinchen-Rosa ist das. Mhm, von der Seite kennst du auch noch Remo drüber. Ja, aber ich will natürlich, hier muss man, da kann ich von hier aus direkt auf die Kante, die Kante, die Kante und da auch. Wenn man das so ein bisschen fleckig lackiert, dann sieht das immer aus wie früher die Leute auf dem Flohmarkt am Sonntag im Indianerkostüm, die dir so Airbrush-Sachen auf dein Leder-Mäppchen und so lackiert. Oder die, wo in die Haare die Perlerinnen machen. Perlerinnen machen. So, jetzt nochmal kurz einen Cut, vor fünf Minuten lassen wir den mal durchbacken. So, zweite Schicht ist montiert. Der Kopf hat mir irgendwo hier einmal gerotzt, ich glaube hier. Aber, ja, nichts Wildes, ne? Bisher lief es noch ganz gut. Also, so sieht es jetzt für mich mit einem bloßen Auge. Sieht es aus, als hätte ich den Farbton mit der Dose gut getroffen. Muss eigentlich drei bis vier Stunden trocken, bis man es anfassen kann, aber die Zeit haben wir natürlich nicht. Ich weiß jetzt noch 20 Minuten, dann wird das Ding festgeknallt und dann kommt da Tempo drauf. Schöner mit nach Hause fahren und dann sind die, sieht das Ding wahrscheinlich aus wie so ein Fliegenfänger auf dem Bauernhof. Geil. Was sagt er? Was meint er? Was denkt er? Kann man machen, oder? Sieht doch gut aus mit den Griffe. Einheitlich. So. Also ich sage euch, wie es ist. Ich habe den Lack noch klebend montiert. War ein bisschen hakelig, wenn wir die Gummipuffer da reinkriegen. Ja. Fahre ich jetzt gleich noch ein bisschen durch den Fahrtwind. Entweder ist er zu Hause schön durchgehärtet oder er hat maximal Blasen geworfen. Dann würde ich dann nochmal lackieren. Aber ich sage jetzt mal für einen schnellen Wurf. Ist doch geil, oder? Die Gummipuffer. Aber ich sage jetzt mal vielmehr, bis jetzt noch mal losgeht. Und wenn wir die Gummipuffer da reinkriegen. das ding fertig soweit für den moment ich hoffe es hat euch gefallen zuzuschauen ein paar neue spannende technische infos und details zu entdecken über die erste serie dieser motoren für mich war sehr spannend entschuldigt bitte wenn es ein bisschen anders war als sonst ich habe gleichzeitig geschraubt und gefilmt schreibt gerne mal in die kommentare ob ihr noch eine idee hat wegen der kupplung da muss auf jeden fall noch was passieren ja das reicht aber erstmal für den moment danke alles gute und bis bald